Oh ja, wo Ray euch einfach gefahrt hat. Ja. Über übel das Game. Wir haben gegen AfK gespielt. Aber wir haben... Dem Mat haben wir Awesome rausgehauen. Richtig krass. Ja. Jonas... Unfall wurde gesolot. Ja. Ok, Jonas kommt... Enzo wurde vom Krieger gesolot, der erst die Fahne gecapt hat. Er war... Er war Feuer-Element-Priest. Das ist immer noch... Oh... Spritzi. Wer ist Spritzi? Max. Soll ich hinten bleiben mit 2. Achso, bin ich ja froh drüber. Push du wohl die Foodies und... Sarah läuft durch. Sarah, du... Ich brauch dir nicht erklären, wie Steff erklärt hat, wie er Ranger spielen muss. Ich hoffe, du weißt, dass du einfach nur Cripshot machen musst. Auf Recharge. Und wenn du es dir die schonen lässt, wirst du reporten. Und einmal in 28 Minuten irgendwann T-Shirt patient. Nee, du fagst deinen Cripshot nicht. Eisen. Best Player World. Wenn du die Foodies aber nicht kriegst, geh hoch zu mir. Es sind nur 4 Leute. Ihr solltet hinten nicht weit raus splitten. 5 Leute, ich geh mal nach hinten. Geh Rinder, ja. Ranger, Ellie... Monk at the back. Gib die Fahne zu Killing. Okay, ich will hier. We need to push up for a Monk. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Du willst du push durch, Mark? Wir können push durch, we können push durch. Wir können Cops the main from here. Wir können nicht wirklich kill through those guys. Ja, das ist ja voll scheiße. Ich muss jetzt getrunter. Alles cool, Mann. Wir haben zwei Milis hier, das ist scheiße. Ich muss jetzt schon shattert. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Achlet ist entgegen, ich bin nicht mehr. Ja, wir sind nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wir werden hier eingehen über kurz oder lange. Ja, ich... Ja, dann... Wir capen und laufen fahren. Ja, nein... Ja, das ist klar, ne? Die Front Foodies sind jetzt weg. Oh, he ist nicht mehr in die Basse. Das ist Serena. Meja geht zum Ballback hier. Der Rest, ja. Zieht euch zurück. Geht euch nicht mehr zu. Just have our number 8 watch him. Weißt du? Just have our number 8 watch him. Number 8. There's gonna be an Ellie in our base. Ja, ich glaube. Ja. Let me pressure the Front Door. Have... Have our Ranger go to main. Okay, I'm going back. Okay, I'm going back. Oh, lovely. We can collapse... We can collapse on the main team right now if our Ranger is that main. Ja, we can gleich die. Ja, wir haben noch Front Foodies at the main. Go, 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 go. So we need some stance that they have maintained. Okay, I need this guy when I get in range. Can you push me with me so that I can hit the Flakes? Ja. Ja, I'm coming with him. The block is out. Discipline stance. One mile. Okay, I need to go. Okay, I need to go. Pack. We have the Footies on them. Are we dying? What the fuck? We got down. What? I need to push you forward. Yeah, go around. Can you go from the right? Come on, Mario. Yeah, I'm fine. Yeah, fast. Ego-assure. We're going to get a new farm now, we're still. Okay, we're going to get a range. We're still going to die. We're just going to die. They're not going to die. I'm going to get a markup on top. Was? Können wir pushen? Kann man was solo auf dem Flagler pushen, falls die Flagler kommt? Do they have an LE in our back door? We need the Flagler flag. Is the LE in our base or not? He said I'm behind. He said I'm behind. We can clap soon. Please send our Ranger back for him to the back way. Hast du auf Stein gestorben, Leute? No, he's leaving now. Okay, nevermind. Hallo? Hast du auf Stein gestorben? Let's push in, let's push in then. Ja, dann kann ich doch die Knight-Touches pullen. Ja, dann kannst du mal versuchen ein Schein zu pullen. Wir haben da zwei Leute toad, also, what the fuck? He's gonna clap that out you back there. Ah, der LE is falling back. Oh, back, right? Three, two, one. Auf der Seite? Genau. Front and death. Er passt auf der LE kommt zu euch. Geht doch weiter zurück. Ich bin jetzt gleich out on. Was der ELO der Splitten gibt, müsste ihm Bescheid gehen. Ja, der ist hier. Three, two, one. One, body mal weiter. Three, two, one. Vestrels kommt. Elfholtz, one. Der hat mich mit Blind geboost. Ich bin nicht Kreditor. Andra, dann fick dich. Ich bin nicht Kreditor. doch mal weiter. Doch. Hier, äh, dann fink dich nicht kröp. Ich bin die Kreditor. Ich hab noch einen Riss in den Griff. Ja, ich hab einen Riss in den Griff. Kannst du die 4-Tronen? Nein, ich hab noch einen Riss in den Griff. Ripp und 7. Laufen sie irgendwie? Ja, sie laufen. Riss Lava auf Nummer 8. Was ist das? Ja, machen wir das. Okay, ich geh durch. Dann können wir das nicht. Ja, ich bin bereit zu folgen. Wenn du nicht folgen kannst, lass uns wissen. Ripp und 7. Ripp und 7. Parkline ist zurück. Ist er zurück in die Basis oder in die Mitte? Er ist zurück in die Basis oder in die Mitte? Er ist zurück in die Basis. Er ist zurück in die Basis. Er ist zurück in die Basis. Let's zurück in die Basis. Ich weiß nicht, was zurück in die Basis bedeutet. Ich glaube, dass wir das nicht machen können. Ich glaube, dass wir das nicht machen können. Ja, so geht's gerade, oder? Ich glaube, dass wir das nicht machen können. Ich meine, wo ist Arclight? Ja, er ist still running Blacklight. Er ist still running Blacklight. Er ist still running Blacklight, okay. Wir sind in die Basis. Wir sind in die Basis. Wir sind in die Basis. Kann ich die Flagler durch? Wir sind in die Basis. Ja, wir sind in die Basis. Wir sind in die Basis. Wir sind in die Basis. Oh, er ist nicht buff. Er war es nicht. Ammer von 11. 40. 5. 3. Wir sind in die Basis. 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 Ich hab ihn jetzt, wenn du den Sands erwartet. Alles auf mir. Biss dich auf jeden Fall. Hooties. Hootie down. Hit the Knight a little bit. Sie müssen wieder flacken. 3, 2, 1. Ja, ich hab Schelm. Wunderfuck, mein Diss in Sands hat geblockt einmal. Bin glücklich. We're okay, we can stay here, we can stay here. Hab ihn. Hat den Sands erwartet? Okay, let's get the Archers in. Dein Prot is slow. AD. Push up, maybe in range of the Monks. Can you breathe me? Oh, they got an Ellie here, they got an Ellie here. We need to get out. I'm dead. I'm dead. I need a Monk through the back right now. Okay. Oh, nevermind, rat, 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 rat. Wait, why didn't you ask actually, what the fuck? Well, I KD'd him, but I KD'd him on else edge, because he's retarded. I see D shot. I stay main team down. Yeah. I'm gripping up there. I did. You're not. Hey, do you give it I'm done? Oh, I'm shot. Yeah. Fuck, nope. He's coming back now. Yeah, he's waiting to come back. There's an Ellie coming back. Sort of range, no? I don't want to go back. 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 The Derm is coaching on me. The Ranger is collapsing over mid, I'm following. Okay. I'm going back. I'm going back. I'm going back. I'm going back. We should just get out of this. Can we get that mid to the middle? I'm going back. Can we get our Mesmer through the middle? I'm running flat right now. Can we get Ranger through the middle then? Just anyone through the middle. No, any damage character through the middle. Full collapse damage. Can we get any damage character through the middle? Zero. Black Mark one star. I'm going back here. Zero. Okay, we don't have any damage character here. This is really, really bad. Yeah, this is running flat. I'm coming right now. Street one. Mobile. Reversion. Can you move me? No. We got this. Lightning's doesn't change. Lightning's doesn't change. Lightning's doesn't change. They're going through the middle. You can't move me through the middle. Three to one. I'm hitting. I'm hitting. There's a heavy flag, then. Nice. Can we kill, eh, Kaptus back him? No, no, no. No, no. I'm hitting. The Brett is now in range. I'll have to follow. What is with our flag? Have we? Three to one. Is there? Three to one. We're going to go. Serra läuft ohne ein Fahner Oder ne, er könnte ihn töten, vielleicht Der Fuse kommt erst Mario, läufst du? Da ist 2 Monks, genau Ja, ich hab zu Ich komm nicht Let's race by the office, pick up the Monks Ja, lauf du in die Base Du kannst eigentlich was holen in der Base Ich lauf die nächste, vielleicht der auf Teil meine Ich bin bei dir Du musst mit in die Base holen Serra, ich geb dir den HV Das ist eigentlich alles wichtig Die Knights sind beide weg Dann kannst du auch Dermak von da aus Flake pushen Der Air-Darish ist Pushing für uns Also lauf du rein und L-Sage auf mir Kann er mich nicht gegen den alleine laufen Ja, ich bin bei dir Dein Ele geht weg Oh Oh Wo ist der Ele? Ähm, der geht jetzt hinter Ist grad jetzt in der Lord Room drinnen Was? Geht wo ist? WTF, Alter? Ich stand schon 10 Stunden und ich werde Pullstrike, Fick dich Ah, ich bin Quit, kannst du mal Tron Ähm, der Air-Dar ist They're running over there Okay, everyone, he's running back Ja Ich hab schon wieder Crippled Komm nicht an Doch, ich bin bei 2 jetzt Hurschiff von 2 Ähm, Ranger ist Du musst den Hammer oder Carter Ist der Hammer oder nicht? Ja Ah ja Alley is coming to split Alley is coming to split Through their back Crippled Okay, ich hab hier 4, 2 2 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 6 5 5 6 5 5 8 Wir müssen aufpassen, wir wipen jetzt. Beweg dich, die Killing, sonst snare ich den... Wo soll ich die Maut? Wir sind auf der anderen Seite von der Bridge. We can push the front door right now, they have to get a flag in. It's really good for us. If we get our Mesmer front door, we can kill Solomar. Yeah, we're coming. Okay, you should have two damage up here. You should get the dervish up here. They're two amongst us now, we should kill the Solomar. Four, three, two, one. Let's go for the script. Nice. Follow them when they try to run back. They're running on dervish, so follow them with everyone except... And have the Mesmer run between. Have the Mesmer go wherever the Solomar is. Means Mookie down the bottom. You should have. Not everyone push on that guy. Okay, there's gonna be a Solomar. Three, two, one at the bottom. I'm P-blocked. I'm P-blocked. I'm P-blocked. I'm P-blocked still. 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 You're P-blocked still. Come on, man. I'm P-blocked still. I don't have any. I have two. I have two. I have two. I have two. Kill bodyguard? Kill bodyguard? Do I have to run? Kill bodyguard? Yeah, I'm running. Kill bodyguard. Kill bodyguard. Kill bodyguard. Kill bodyguard. Watch this. Ohhhh. Rumble. Enough me. When the boys pierpie-pones himself, come on the bodyguard. He's gonna'n'c grip on hispmanpción for a second. Hey isot help out that you Dad. He's gripped on him. 3 2 1 . Gur why don't the bodyguard. Just go z35 ever he doesn't'n. So get the alayl back. Holger? Yea, we should run just run just run just run on him. Alles durchgegangen Ich bin P-Block, P-Block, hier Ja, ich bin Ringe If we can get a Mezman to push in their front, I think we can fuck them up Also die haben nur noch einen Bodyguard, ne? Lauf vom Warrior weg Oh, ich Cripp den Warrior gleich wieder Ich lauf ne Backup Bin Shattered Nein, ich bin P-Block Ich bin P-Block auf Brot, ich kann nicht dorn Der Warrior ist Crippled Einfach weiterlaufen Warrior ist Crippled again They start running on Na, eigentlich is a little bit low We should just wait for my end, yeah Ah, ich weiß, ob die Potion uns gerade hat Wo ist der Dervis? Der Warrior und der Dervis läuft My energy is pretty low We could just go main team If we get a flag advantage, we can do the same thing we just did Ah, sure Der Warrior ist auf dem Fuß, ne? Daystarch Type, wie hier Daystarch Daystarch Haptisch Locken können, wenn die auf dem Dervis laufen Katic? Diversal Oh, gar nicht mehr Diversal Die Leute, die kommen einfach durch Ihr müsst trotzdem, ich kann nicht in Zorn und Mungi hingehen gehen, dann töten die nicht Soll ich mal eine Flake laufen, was du pushen kannst? Ja, lauf du gleich mal bitte, die nächste dann. Ach so, Sehla laufen. I'm gonna flake out then, we can spike him. Ja, ich lauf schon, ich bin schon hintergelaufen. Du kannst jetzt reinpushen. Alter, wie viel Endstreamer war das denn? Rippen Charmant, der Warrior. The lighting's searching. Okay, they're gonna run on Dervish again, we can do the same thing. So push the Dervish when he runs through. And we split them up at the front door with the alleys. Oh, they're running on alle, I think. That's even better for us. Push the alle, push the alle, push the alle. I'm cuttied. Finnechen range. Scheiße, ich darf gar nicht auf 1. Can we push the Dervish with our Dervish? I'm running the Flake at the moment. Alright, you'll be able to push him when you get there. Okay, get ready to kill the soulmark, yeah? Okay, get ready to kill the soulmark, yeah? Yeah, we can kill this guy. Yeah, we can kill this guy. Now, they have one mark at main, one mark at main. Hold it, hold it, then you'll get the bodyguard. You have three damage main, right, against one mark? I can kill the bodyguard right now. Oh, okay. Wow. Okay. Oh, never mind the mark is here. There's a charge out. Yeah, I missed one on the net. That really fucks up the compositions a little bit. Yeah, yeah. Push him up for D8. Go for Dervish, Maki. Yeah, I'm there. Run in the base, Maki, run in the base. Run in the base, run in the base, run in the base. I have my stance. I'll take one off, I'm sorry. They have a flag here. Who has our flag? Run a new one. I hate it. Turn on this in four, three, two, one. I'm slow for Erik. Oh, Erik, can you move a little bit? I hate the clip on first. That's okay, that's okay. I don't need to do anything. Yeah, let me loose. I want to loose. I'm going to be a bit late. That's what I'm going to do. Kill this, kill this. My energy is still pretty low. Sure. I'm going to lose my parts. I'll stick too. We should break this up, we don't have flag advantage. The warrior is running our base. Yeah. Oh no. That's absurd. We're going to base the Mesmo. We can push in on 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 the Mesmo. If we can get a monk to push with us, we can push in on them. They're working too close. Push hit, push hit. I don't know if I can leave, don't you? We need the Mesmo back in main team. We can't really do anything without the Mesmo. That's fine. That did a fine. We can get a free. I'm running back up. I'm running back up. I'm running back up. Alright, then push me back up in the middle. Flag this Mechie in force. Three. Two. Two. One. Die laufen auf dem Elah Wenn ich den Zwingen bin, dann würde ich mit Devisch reinlaufen vermutlich. We can run in the front door right now. With Mez and Ellies. Watch me! Oh, unless that happens. The P-block probably not. We should run in the front doors, man. You don't have a response. I'm in the front door. I'm in the pit right now. Killing bodyguard. Will ich lobby gehen? Weiter runter. Oh, ich hätte es da gelassen. Oh, ja. Oh, shit. Der Furti ist immer noch am Leben. What do you got? Dead. Oh, they base for something. Oh, I'm dead. They base for the Ellie on me. Soll ich pushen? Ja, ich push. Push. We're boosting, so... Let's dress him. Was? Ich pushe unseren Dervis, ne? Ja, ich hab unsere vier. What the fuck? Fuck. Das war bad. Du kannst, leust du noch weiter von mir weg, ne? Ich hab die drei, boss. Auf ihn überhaupt. Nick, wer? I'm at that front door right now. Is this guy in four? Three? Two? One? Oh, there is a. Yeah, we kinda got set behind for quite a long time there. By having the Mez on slip against the mark. Okay, let's find that. I was a little bit alone. Anyway, we had to pass the entire number of things that were used to be learned so much.